Herzlich Willkommen zu einem neuen Live-Projekt ChickenPolice. Live-Projekt deswegen, weil ich es im Stream aufnehme, aber auch extra für dieses Spiel eingeladen habe. Und wir fangen jetzt einfach mal an. Neues Spiel starten. Mal gucken, ob es ein Intro gibt. Tote Männer sind schwerer als gebrochene Herzen. Wow. Ich musste ein Pack von Zigaretten. Aber ich habe meine Wallet zu Hause. Ja, das ist mir. Ich werde alt. Mein Name ist Sonny. Sonny Featherland. Ein Investigator für 20 Jahre. Und einmal der Star der Predator-Division der Klawville-Police-Departement. Eine halbe der legendären ChickenPolice. Aber zu kaufen ein Pack von Zigaretten ist mehr, als ich jetzt aufhören kann. Vielleicht sollte ich nur aufhören. Ja, ich werde das machen. Ich glaube nicht. Das größte Ort in der Wildnis. Für alle die Gäste. Was ist das? Das ist so geil gemacht. ChickenPolice. Das ist Painted Red. Das ist Painted Red. Das ist Painted Red. We're living in a vast experiment. And don't even notice that everything got clucked up a long time ago. We believe in this wonderland of peaceful coexistence. Wolves and sheep. Chickens and hounds. Yeah. Sure. Why not? It's just ridiculous. The dog eats the chicken. It's in our nature. I'm not propping up the illusion anymore. 121 days. And it's over. Retirement. Tja, das werden wir jetzt sehen. Jemaliges Hotel Atlas. Ah, crap. My office lock is a piece of shit if a dame can pick it. She stood in the darkness. The light painted stripes on her body. It whispered secret little things that were never there in the first place. But she was no zebra. Reality was just a light switch away. Elizabeth or Charlotte. I was sure she'd have a sophisticated sounding name. She had a bygone look in her eyes. Older than this ancient building. And perhaps the whole city itself. Or maybe I'm just drunk. But she was the first womanly thing in my place for a long time. So I had to give her a chance. Let me introduce myself. My name is Deborah. Miss Deborah Ibanez. You're mistaken, ma'am. Oh, really? Please enlighten me, Mr. Featherland. Was ist das eigentlich? Ein Reh? Eine Hirschkuh? I'm not a private eye. I'd recommend Philip... I mean, Mr. Phil Marlow instead of me. He's a nice eye. Du weißt, ja. Philipp Marlow. Believe me, Mr. Featherland. It's not an accident, I came to you. Look, miss. I work for the police and I'm currently on leave. I couldn't accept private commissions, even if I wanted to. Not even for my classy dame like you. Am I that easy to read? Ist das ein bisschen unheimlich mit der echten Hand? Und... That's my job. But tell me, since you've invited yourself in, would you like a drink? I don't... I don't usually drink. Well, I've gotta have one. And it'd be rude of me to drink alone. So maybe some sherry? Ach, ja. Kommt jetzt ein Gedanke? Ja, danke für die Wilde. Das ist alles, was ich habe. Was eine Coincidence. Also, komm mal. Spill es. Von dem Anfang. Ich gucke mal ganz kurz hier rein. Sie scheint nicht so gefährlich, dass ich meine Schuhe holen muss. Aber... Du wirst niemals wissen. Meine Wallet und meine Badge. The Wallet is real. The Badge ain't. Chief Bloodboil took mine. So I got this one out of a pack of Cornflakes. Just in case. My last cigarette. You're lucky I don't have a light, pal. Who is this dame, anyway? And what the clock is she doing in my apartment on New Year's Eve? That's better. Now, if I understand correctly, your mistress is receiving threats. What kind of threats, exactly? Oha, das ist übel. I think it's time to dig a little deeper. If you don't mind, I'd like to ask you some routine questions. Ich würde ganz kurz was gucken. Ja, wir können das so machen. Please. That's why I'm here. Genau. Ich gucke mal, was bedeutet ich dort. Ich sehe nicht mehr Farben. Nur Leidigkeit. Alles hat verdächtigt. Ich brauche noch ein anderes Drink. Na. Vernehmen. Konzentriere ich auf das, was du über dir verdächtigen weißt. Benimmt sich jemand verdächtig, das sollte das dein Fokus sein. John Doe. Dieser Kerl ist recht verdächtig. Darauf muss ich mich konzentrieren. Fokus verdächtig. Eindrücke. Verdächtig. Detektivmeter und so weiter. Sammle Eindrücke der Verdächtigen. Jeder Eindruck gibt dir eine neue Vernehmunglichkeit. Ah ja. Das Detektivmeter ist ein bester Freund. Das zeigt an, wie gut die Vernehmung läuft. Versucht es, im positiven Bereich zu halten. Okay. Bla bla bla. Das gefällt mir. Plus 100. Yeah. Ja. 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 Das scheue Reh. Wer genau sind sie, wenn ich fragen darf? Wer genau bist du, Ma'am? Kannst du was abändern oder kann man das so machen? So klassische, markige Sätze, total geil. Believe me, this is just as unpleasant for me as it is for you, if not even more. Mm. Mm? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ah, es ist positiv Genau, warum heute Nacht? Ich kann mich als ein kleines Fon aussehen, und vielleicht bin ich, aber ich habe immer noch ein Wissen. Ich habe das nicht für einen Moment, Frau Ibanez. Ich habe das nicht für einen Moment, aber ich habe das nicht für einen Moment. Plus 10 Genau, warum besuchen Sie mich und nicht die Arbeitgeberin persönlich? Warum bist du mir gekommen? Warum nicht deine Arbeitgeberin selbst? Meine Arbeitgeberin ist Frau Natascha Katsenko. Sie hat nicht verlassen zu Hause, nur wenn sie wirklich muss. Wie so? Eine neue Person. Eine neue Person. Ja. 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 Ähm. Ja. 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 Dannschein. Ich bin sicher, dass es nicht das Intentional ist, aber, äh, hast du mit mir gewonnen? Ich bin nicht sicher, dass ich dich verstehe, Herr Featherland. Du hast die Kräfte, Debra. Du bist eine ziemlich smarte Frau. Und du kannst das nicht schützen, egal wie du versuchen kannst. Aber seitdem wir gesprochen haben, ich kann dir nicht nur eine straight Antwort aus dir. Ich beginne zu denken, dass ich etwas zu tun bin. Oh, gut. Oh, das war nicht gut. Stecken sie irgendwie in der Klemme? Woah. Wow. Ich vertraue deinen Instinkten. Du hast es geschafft. Ja, und ich habe keine andere Wahl, oder? Ich bin ehrlich gesagt, nein, Herr Featherland, nicht wirklich. Okay. Finden sie... Ja, ich habe nur weiter gefragt. Passiert ist nichts. Ich bin mit meinem Detektivmeter schön im positiven Bereich und frage vorsichtig. Du denkst nicht, dass das ganze Ding ein bisschen wunderschön ist? Schau, Centino. Ich werde alles erklären. Genau. Äh, was ich gefragt habe war, als du aufgar warst, ähm, ist das mit dem Sound okay? Ist das Spiel zu leise, zu laut? Ist meine Stimme zu leise, zu laut? Oder kann man das so lassen? Du siehst? Wir beginnen uns zu verstehen. Jawohl. So. Sagen Sie mir, Deborah, warum sollte ich Ihnen überhaupt glauben? Oder, wenn Sie mir nicht die Wahrheit sagen, wozu soll das alles dann gut sein? Hm. Hm. Okay. Genau. Ich glaube, ich mache die auch noch ein bisschen lauter, genau. Seien Sie ehrlich und sagen Sie mir, wovor Sie solche Angst haben. Zack. Sei ehrlich und erzähl mir, was Sie so Angst haben. Du weißt, Herr Featherland, meine Freundin ist Hobart Wessler. Oder wie viele Leute ihn kennen. Ibn Wessler, der Kingpin. Neue Person. Neue Person. Und da. Neue Person. Neue Person. Neue Person. Neue Person. Neue Person. Ah. Auf 90 Prozent, nicht schlecht. Die legendäre Chicken Police ist für den Action ein wenig erschöpft, vielleicht aber gut in Schuss. Gute Arbeit, genau. Derzeitige Gefährte von Natasha, der Auftraggeberin, ist der berühmt-berüchtigte Gangster in Brestler. Gut. So, ich guck mal ganz kurz, Optionen, Audio-Einstellungen, Gesamt, ich kann es nur insgesamt ein bisschen lauter machen, so. So, jetzt ist die Frage. I promised myself, I'd write a novel one day. I don't even know what these papers are. Every whiskey has the same color nowadays. At least in this price range. Alter Tickel. Die wilden Herren. The wild gentlemen. Those guys rebuilt the city after the great fire. My hero's, when I was a little chick. I'm starting to think, they should have left Clawville, as it was. Burned to the ground. Geil. This is... This is one of the most beautiful memories of my old life. Before Molly left me. And took our daughter. Das sieht so seltsam aus. MB Davis. MB Davis. The eternal king of jazz. Yeah, my it's Jesus. The photo is from the days of jazz prohibition. I only heard the old man live one time, but I'll never forget that night. And not only because I woke up at the harbor without my gun, my badge, and my pants. The good things in life don't last long. The best ones always leave first. I saw that in the window of a shoe store. I never understood it. Or what it had to do with...